Natürlich! Sie macht Ihnen schon seit Jahren die Hölle heiß! Weil sie Feuer spuckt! Die Schmuggler können uns doch egal sein! Die Ratten bringen Tausende um! Ich bin mir nicht sicher, ob der Graf weiß, wie er es dir lag ist! Jetzt schütt viele Männer fest! Ist man nicht das? Der Graf ist ein verbreitendes Gesetz! Ein Gottverdammtes Arschloch! Aber er hat sich irgendwo verkrochen und der Feig ringt! Du kannst ihn wohl nicht leiden! Wir hassen einander! Das war verdammt knapp! Warte! Warte! Was zu! Diese Idioten müssen da drüben! Ihr wollt euch von mir verstecken! Was jetzt, Namisia? Was war das? Da, was? Ja! Was ist das? Oh, scheiße! Oh! Das ist das! ... ... ... ... Ach, die fressen sich an den Satt, oder was? Nein, ich will die gerade nicht steuern. Ja, komm, scheiße. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Er kommt her. Sie kommen. Wir machen. Wir haben Gesellschaft. Verdammt. Wo sind sie denn hin? Oh nein, Gott, da war er zu merkwürdig. Die sind ja auch nicht. Ich sehe die einfach nicht in dem Pack Sturm. Ich sehe die einfach nicht wegen dem Pack Sturm. Ei. Oh mein Gott, Alter. So lange habe ich aber einen Kratzleitz. Ja, nur du und ich. Eindringlinge, zum Mittag. Ihr Schwächlinge schafft es nur zusammen. Eindringlinge, komm bitte. Ha, wo ist dein Kumpel jetzt? Eindringlinge, komm her. Das ist ein Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel. Komm, komm, töt den vierten auch noch. Da seid ihr ja. Komm, töt ihn. Mein Gott, wie gehen wir alle auf den Sack? Ich will eigentlich nicht so viel töten. Das ist eigentlich nicht die Intention, die ich dazu beiratet. Das ist eigentlich nicht die Intention, die ich dazu beiratet. Das ist doch nicht die Intention, die ich dazu beiratet. Das ist doch nicht die Intention, die ich dazu beiratet habe. Ich will eigentlich nie so viel töten. Oh. Wie komme ich hier durch? Hier geht's auf keinen Fall weiter. Komm, drehe dich um und verpiss dich. Wenn ich um und geh. Kusch, weg, kusch, halt. Kappali. Das waren die! Garantiert! Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Verlucht! Wir sind hier also. Da! Haltet sie auf! Was jetzt, Samisia? Gehen nach! Hier sind Eindringlinge! Wir haben die Kiefer kochen, endlich! Hier wird's langsam schlimmer als in Guyen. Wir kommen gut voran! Was macht der Kopf? Er hält! Ich mag deine neuen Haaren! Mein Werk! Oh, bitte! Endlich! Mein Gott! War schlimm! Oh Gott! Kletter hoch! War schlimm! Ich hab... Hey, ich hab viel zu viel Zeit verbracht! Was ist die nächste Erinnerung? Da! Was ist das? Was ist das? Oh! Die sind alt! Sehr alt! Ist das ein Bild? Nein! Handabdrücke! Von den ersten Menschen, die hier lebten! Vor den Römern sogar! Die ersten Menschen! Wir sollten weitergehen! Warte mal! Nur kurz! Das ist so schön! Das ist es! Es bringt mich zum Wein! Aber ich weiß nicht warum! Halt es in Erinnerung! Komm! Ja! Ah, ich hab da schon wieder eine Erinnerung verpasst! Oh, läpp mich doch am Arsch! Wovor verpasse ich denn damalte Erinnerungen? Hm! Ich hab hier mehr Lücken im Käse! Ne, mehr Lücken als im Käse! Ah, ich muss das Spiel wahrscheinlich nochmal durchspielen, um alle Erinnerungen zu finden! Das ist ja mies! Das ist mies! Boah, das stört mich! Die Frage ist, wo halt die Erinnerung ist! Ach, ich hab grad irgendwas im Auge! Erst danach, bis wir beim Boot sind! Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin! Oh! Also ich hatte da eine Erinnerung verkackt! Was sagt ihr? Das bedeutet Pech! Es ist nur ein Boot! Es heißt Naraskas! Der Fisch bedeutet Pech! Für dich bedeutet alles Pech! Los, patrouillier weiter und pass auf deinen Arsch auf! Wir sind gleich da! Raskas! Lustiger Name! Geht wir weiter! Geht ihr euch? Gibt ihr euch? Ja, du kommst! Was ist das eigentlich? Wo ist das eigentlich gelegt? Alle sind Rachen. Zumir! Ich höre die überall krabbeln und leuchten und keine Ahnung was. Jeder bewegt sich nicht. Hier ist gar nichts. Warum bin ich denn in die Lande gegangen, wenn da gar nichts ist? Mies. Ich weiß, ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder in die Lande gegangen. Die Fällen sind unheimlich. Das geht vorbei. Wir kommen zu meiner Insel. Lacuna ist hübsch und sonnig. Ja, ich freue mich. Wir sind fast da. Warte. Hat sich da gebracht. Zu mir! Hier sind ein paar Störenfriede! Sie kommen! Da! Nein, da versuche ich mir echt auf den Sack. Ich habe mich schon gefreut, einmal komplett durchzulaufen, aber das... Da muss ich auch nirgenden jemand mit umdrehen. Das ist gut, dass der einen Back hat. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Es geht weiter. Das ist gut, dass ich etwas wehrlecht habe. Das ist gut, dass ich das nicht gef summaß. Das ist gut, wenn ich etwas nicht vielleicht nachdenkt. Ich bin ein Kaffee, zu einem Schしい. Ich bin ein Ehrenger Subsidieren. Das ist gut. Die Küste. Wir sind fast da. So eine Küste. Was war das? Schon wieder? Da steckt doch was dahinter. Das Boot sieht aus der Nähe so groß aus. Wir haben trotzdem ein Problem. In Rüstung. Kriegen wir schon hin. Was? Was bewegt sich da? Sollte ich mir genauer ansehen? Was? Eindringlinge! Sie haben uns! Ich wollte ihn von oben die Dinger aus der Hand schlagen. Ihr wollt mich anknabbern, hab ich recht. Was? 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 Oh, shit. Was? Was? Scheiße. Da ist ein Fenster, was ich aufmachen kann. Das ist doch kacke. Das nervt! Hey, Kometor! Hey, Kometor! Nichts. Wir haben hier Unruhestifter. Augen auf, Männer! Ihr schleicht jemand rum! Sucht alles ab! Ihr schleicht jemand rum! Sagt Bescheid, wenn ihr was seht! Von wem hast du schießen gelernt? Meinem Vater. Danach hab ich geübt. Gut. Jetzt haben wir ihn hier! Disziplin. Ich sehe sie! Ja! Komm nur hin! Sieht ganz sicher! Sieht hier drüben! Sieht nach! Sieht nach! Angst vor einem Pferd an! Ihr da! Machen wir sie kalt! Ah! Gah! Oh! 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 Nein! Oh! Das ist jetzt deine Scheiße! Ich vermisse! Geht es dir gut? Du hast mich gerettet? Ekelhafte Mist! Wir sind mit Fressen beschäftigt, also kann ich nur einen blühen, dann. Wie komme ich da hoch? Da hoch? Das Boot sieht aus der Nähe so groß aus. Wir haben trotzdem ein Problem in Rüstung. Macht einen nicht unsterblich. Kriegen wir schon hin. Was ist das? Ah, wusste ich's doch. Nein, nein, nein. Da! Ich seh sie nicht mehr. Mal sehen, was da drin ist. Ich seh sie! Lass sie nicht entkommen! Sie haben uns gesehen! Warte mal, warte mal wieder über die Ewigkeiten! Sieht sicher aus. Ja, sicher genug. Da ist es! Amicia! Können wir's schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Furcht. Wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja! Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Mal gucken, ob ich den Bug auch hab. Aufmachen! Aufmachen! Hab dich! Das war's dann für dich! Der Graf braucht dich nicht lebend! Geht's dir gut? Nein! Wir haben uns kennengelernt. Und schon schulde ich dir was. Wir haben uns kennengelernt. Und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir's. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Der Turm heißt es geil. Hey! Oh! Ach guck mal, da haben wir der Werkbahn. Ähm. Ja, ich hab nicht so wirklich was. Ich brauch mehr Sachen. Ist ja richtig gut. Das war ja auch nicht besonders schwer. Nur erstmal hier, ob wir noch irgendwo was finden, was ich mitnehmen kann. Da unten zum Beispiel ist ne Kiste. Und die Kiste hab ich nicht gesehen. Kann ich nochmal zurück? Wahrscheinlich eher nicht. Die Kiste hab ich nämlich übersehen. Nein, kann ich nicht. Ein Drecksmust. Ich hab die Kiste übersehen. Ich hab mir leid. Ich stört das, dass da unten die Kiste nicht mitgenommen hat. Aber so einzelne Kisten sind irgendwie doof. So große Kisten sind besser, weil da mehr Sachen drin sind, als so kleinere Kisten. Ich bin ja gespannt, ob ich den... Hallo! Wo ist Ugo? Ich bin hier! Das ist so toll! Was machst du hier draußen? Rein mit dir! Du bist klatschnass! Ja! In die Kabine! Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir! Ja! Ja! Oh, ich hör Racken! Scheiße! Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich seh nach! Ja! Äh, warum ist das? Und Mahlzeit! Guter Schutz! Alles klar! Schön! Sophia scheint dich nicht zu mögen! Das ändert sich wieder wild! Aber ich hab was bei ihr gut! Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht! Verstehe! Guck mal mal! Die Kette blockiert den Anker! Mal los! Da, Klaut! Da ist ein Gegengewicht mit deinem Schloss! Ich kann es zerbrechen! Mhm! Oh, okay, ich muss ihn da zurück! Okay, ich muss ihn da zurück! Gehen wir ihn da zurück? Alles klar! Wir sind fast da! Bald zieht dein Bruder Lacuna! Ich hoffe es! Oh, du arme Sau! Ja! Ja! Lichten wir den Anker und segeln los! Er mag dich! Also musst du es wissen! Hugo stirbt! Was? Sein Blut ist vergiftet! Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel! Dann sollten wir ihn hinbringen! Das werden wir! Amicia? Geht es jetzt los? Hey! Was hab ich gesagt? Zurück in die Kabine! Ja, Käpt'n! Also dann zurück zum Anker! Ziemlich schwer! Es ist ein Anker! Der soll verankern! Hey! Na, geschafft! Ja! Der Anker ist oben! Sehr gut! Und jetzt hisst das Großsegel! Aufs Oberdeck! Ei, ei, Käpt'n! Ei, ei, Käpt'n! Ab nach oben! Gleich geschafft! Ich geh' nach Backbone! Äh, na gut! Ich zur anderen Seite! Auf dein Signal! Hä? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll! Ja! So, jetzt! Ja! Wir schaffen es! Wir kommen hier weg! Was? Das Segel rollt sich bei mir nicht ab! Sollte es aber! Sophia! Komm! Was jetzt? Mist! Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir's los! Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern! Ich könnte es durchtrennen! Ja! Geh zum Steg aufs Steuerbord! Von da aus kommst du besser dran! Aber lass das Segel heilen! Fähre durchschneiden! Fähre durchschneiden! Jetzt, die fahren gleich los und ich bin weg! Danke! Die fahren los und ich bin weg! Amicia, still! Amicia, wir segeln! Pistolicht, wir segeln! Auf dem Meer! Ich bin ein Pirat! Wo bist du hin? Sehnt sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Schon gut, ich hab dich ja! Nach Laguna! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Yay! Episode 8! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Wir sehen uns in der nächsten Folge!